Ganz egal, ob selbstgenähte Community-Maske, Mund-Nasen-Schutz oder Atemschutz-Masken. Nur der richtige Umgang hilft. Wir zeigen, wie es richtig geht. Vor dem Anlegen die Hände waschen. Maske nur an den Bändern anfassen, vors Gesicht halten und beide Bänder hinter die Ohren ziehen. Nun den Nasenbügel der Maske, falls vorhanden, fest andrücken. Zum Schluss noch die Maske über das Kinn ziehen und erst jetzt die Brille aufsetzen. Während dem Tragen darauf achten, die Maske nicht zu berühren, keinesfalls unter das Kinn zu ziehen und später wieder vor das Gesicht zu bringen, die Maske nach 3-4 Stunden zu ersetzen, bei Durchfeuchtung früher. Die Maske ausziehen Beide Bänder gleichzeitig mit den Händen nach vorne ziehen, dabei aber nicht einatmen. Benutzte Masken sofort entsorgen und nicht herumliegen lassen. Und danach, wie immer, die Hände gründlich mit Seife waschen. Bleibt gesund! Dann gründlich mit Angebirge mit Verkehr im basement und Beide sicher nach vorne ziehen. Gleich bei пред 건ė dadrėjte nicht아� Claudio restorato und dich Untertitelung des ZDF, 2020